Und damit Willkommen zurück zu Saints Row. Hier zusammen mit dem Illyria in der 29. Folge. Hallo. Toll, du machst nur eine große Pause, ich hab mich verkackt. Sankrate. Ja, willkommen zurück, liebe Zuschauer. Natürlich hier, nur bei uns. Jetzt ist es dir auch mal passiert. Tut mir aber überhaupt nicht leid. Mir hat es auch nicht leid getan, mir war es nur peinlich. Das war alles. Nur mir ist es nicht peinlich. Also ich würde mal sagen, wir machen heute wieder zwei Loyalitätssachen. Und zwar von Pierce und The Band King. Folge Pierce, lass uns eine Runde fahren. Oh mein Gott. Alles klar, das ist nicht gerade... Es ist nicht gerade um die EK. Ne, wollte ich auch gerade sagen. Alles umlaufen. Auf dem Weg dahin. Einfach alles. Alles. A-L-L-E-S. 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 Dankeschön, meiner. Haha, hast du die übersehen. Deine Schuld. Du hast die Kriminalität sowas von da oben geboxt, dass ich jetzt in allen Ecken angegriffen werde. Oh, ich bin doch eh gleich da. Oh. In, äh, 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 in, 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 Null. Von daher. Alles klar. Okay, cool. Dann meet me at the docks. No. Get in. I'm driving. It may be your mission, but I'm driving, Piers. But I control radio. Deal. Bäh. Du hast ihn wieder ausgeschmissen. Out the far. Muss gelernt sein. KI am Steuerungeheuer. Schon mal davon gehört? Alter, wie fährst du? Mach dir mal Musik. Bei mir spielt keine Musik. Bei mir auch noch nicht. Oh, mein Gott. Oh, scheiße. Nein, das spielt wirklich Musik. Nein. Ich hab's mir markiert, dass es... Ja, come on, Piers, let's do this. Ich mach's mir schon mal dann. Einen, Weinruf für ein paar Sekunden, da passiert nichts. Der jetzt kommt ein neues. Aber er singt selber. Mit dem Präsident of the USA. Baby, seems we never, ever agree. You like the movies. And I like TV. I take things serious and you take them light. I go to bed early. And I party all night. Our friends are saying. We ain't gonna last. Cause I move slowly. And baby, I'm fast. I like it quiet. And I love to shout. But when we get together, it just all works out. Ha, ha. Two steps forward. I take two steps back. We come together cause opposites attract. And you know, it ain't fiction. Justin, alright, let's get our destruction. Oh. Ja, das sind dann viele Monster Trucks. Ja dann. Also da meistens stöhnen. Weiß nicht warum, aber wie sollen sich das stöhnen? Oh, da vorne geht er drauf zu nerven. Der Backman-Argentenwerfer-Typi. Oh. Was ist mit dem Monster Trucks gerade passiert? Was denn? Was war mit dem? Der ist ihm weggeflogen. Jo, das hab ich gemacht. Das war eigentlich in meinem Stampfer. Steig rein. Das war Feinde. Ja und steigt trotzdem rein. Das Atomkraftwerk. Aha. Sollen wir eine Kernschmelze verursachen? Noch heiß genug. So brauchen wir eine Schmerze. Oh Gott. Nicht Musik. Nicht Musik. Wie dürfen wir nicht? Ja, ich schneide es raus. Come on y'all sing it with me. Ja, aber jetzt ist die Musik wieder stumm. Die Musik war nur ganz kurz angespielt bei mir. Ein paar wenige Sekunden, glaube ich, machen kein Problem. Die singen gerade nur wie so ne besorfene Opa. Das dürfte kein Problem sein. Alter, die singen sowas von durcheinander. Die beschweren sich gerade jemanden, dass er mit den Reihen singt. Aber das ist gerade Sinn, der reihen singt. Ist das ein Sinn, der da reingesungen hat? Ja, das hat Zinniak reingesungen. Was verlass denn gerade? Du willst ins Wasser fahren? Du willst ins Wasser reinfahren? Willst du wieder raus, wie der so Beunga irgendwie so rauskommen? Ich wollte nicht ins Wasser reinfahren. Ich habe nicht gesehen, dass das Wasser ist zuerst. Ich schon. Das ist alles tot. So, ein fuckiger. Diese Stampfwunderwart jetzt. Da ist nichts drin. Okay, letzter. Gib's mir. Nichts. Vielleicht ist es nicht hier, Piers. Es muss sein. Vielleicht ist es auf der anderen Seite des Gebäudes. Okay. Andere Seite ist... ... dann mal... ... gefunden. Ja, da unten. Das waren die Leute. Ich weiß es nicht. Eww. Das war komplett grün, Kiste. Dann sollten wir nicht unsere Arten bewegen? Äh, das ist eine gute Idee. Es sieht, wie er nicht so weit herhend ist. Remember, wir können ihn nicht töten. Wir müssen uns finden, wo er geht. Right, Boss? Boss? Ja. Autos. Wer braucht ein Auto, wenn man zu Fuß schneller ist? Ja, wie soll dem jetzt folgen? Ja, ja. Aber nicht zerstören. Okay. Also nicht zu nah ran. Immer wieder vom Gas runtergehen. Habe ich ein Gasfilter? Immer wieder von Shift runtergehen. Nice. Habe ich ein Auto hinter mir, Alter. Ey, das war ich nicht. Okay, das war ich selber anscheinend dann. Ich bin deutsch. Geranimo. Hi. Ach, bist du fertig gebogen? Okay. Aua. Aua. Ich soll mich bitte nicht zu nah ran. Er fährt wieder zurück. Er ist zu weit gefahren. Er ist zu weit gefahren. Wie? Die KI kann sie auch verfahren? Ja, schon. Ich muss eigentlich um dich fragen, oder? Ja, natürlich kann ich mich nicht mehr verfahren. Ah, schneller. Ah. Ja, der kann echt nicht fahren. Guck dir das mal an. Oh, der will reboot. Guck mal, reboot ist death. Ich werde dafür neu starten. Oh, der fährt wie so eine besenkte Sau. Ich muss ihn wieder aufbringen. Ah. Wer schießt denn da? Oh. Das Auto ist bei mir gerade geflogen. Was ist so... Ich glaub... KI ist gerade ein bisschen broken. Kann das sein? Wollte ich auch gerade fragen. Verfolgst du den gerade noch? Ich war gerade auf dem Weg, einen der Begleiter zu belegen. Aber ich habe auch gerade irgendwie den Eindruck, dass die KI irgendwie broken ist. Er hat sich resettet. Irgendwas hat das mit dem Balken oben links zu tun. Ja, nee, der hat sich resettet gerade. Gut, 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 da müssen wir nicht neu starten. Wir dürfen echt... Wir dürfen noch nicht mal annähern so nah ran, wie wir vorher ran waren. Dann dachte ich mir auch schon fast, dass er das wohl zu nah war, die ganze Zeit. Ja, nee, das Problem war der Tornado, der hat die dann verschoben. Das war das Problem wahrscheinlich. Also haben wir eine Fähigkeit, die ziemlich kritisch sein kann für diese Mission. Für Verfolgungsmissionen? Ja. Wie viele solcher Missionen gibt es denn? Nicht, dass ich wüsste viele. Sagen wir es mal so. Beinahe schon wieder zu nah ran. Ich glaube, da wird schon gestört, wenn wir irgendein Auto versehen nicht gegen ihn schmeißen. Ja, glaube ich auch. Ja, zu weit weg, zu weit weg. Wir müssen näher ran. Ja, hallo, wo will der hin? Was will der denn von mir? Schnauze! Jetzt mal bitte... Irgendwann ankommen? Es ist gerade echt, echt viel zu... Aua. Wenn er überhaupt jemals ankommen wird. Ah, hier kannst du dir mal die Statuen jetzt angucken. Was kannst du? Die Statuen kannst du dir mal angucken. Oder auch nicht. Tja. Es ist ein Statuen mit drei... Es ist ein Frauen-Statuen mit drei Brüsten. Mhh. Der Habe-Bus. Hallo? Was hat's getan? Oh. Geht. Alter, wo will der hin? Flughafen. Äh, da lang. Ich hatte, wenn ich mit der Maustaste mache und dann auf einmal mein Waffenmenü aufgeht und ich habe die Fäuste ausrüstet. Ja. Ja, da hast du recht. Das ist schon nervig. Geld. Geld, 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 Geld. So the Saints wish to play again. Well this time I'm not going to offer you a deal. Don't worry. We wouldn't take one. I see you let your lackeys do the talking for you now. Hey Mero, how's Jessica? I'm going to enjoy killing you both. That went pretty much like I thought it would. I don't know where Jessica is. Sam. The power I have here is incredible. So what? You're still dead in the real world. This world is as real as I make it. Here, I will be a god. Nah, you're going to be dead here too. Where is she going? Yeah. Dead. Oh, that's good. Oh, that's good. But did we have to go through all that shit to get to just my way works? Yeah, you're right. It did. Nice job, Pierce. You mean boss. Don't push it. Right. Oh yeah. Wir haben es geschafft. Bruderschaft. Geschafft. Oh yeah. Wir kommen zum XP. Ja. Super Begleiter Pierce. Pierce ist jetzt super exzellent. Yep. Der hat den Zugzustand. Begleiter Maero. Maero ist heute wiederhergestellt worden. Ja, ist in Ordnung. Ja, ist in Ordnung. Danke, dass du ready gemacht hast. Ja. So. So. Die nächste ist jetzt die Frage. Woher? Tanzkönig macht Tanja fertig. Jetzt haben wir eigentlich schon bei 14 Minuten. Über 14 Minuten. Vier Stunde. Hm. Ich weiß ganz genau, wenn wir jetzt die Folge, wenn wir die jetzt anfangen, wird die wahrscheinlich wieder so lange gehen wie die letzte. Das ist jetzt deine Entscheidung. Da müssen wir aufpassen. Aber wir haben den jetzt erst bei 15 Minuten. Fast 16. Obwohl ja. Ich würde sagen, wir machen dann doch hier. Abend, Feierabend. Ah, noch. Ich dann noch. Boah. Meine Geld kann man nie genug haben. Ich glaube, da kann man 200.000. Ach, nö. Warum? Alter, was war das denn? Nein. Die Macht. Der Machtentzug. Aber gut. Ich würde trotzdem sagen, das war's jetzt für die Folge. Vielen Dank für zu sehen. Falls euch der Part gefallen hat, lasst doch ein Like da. Und schaut beim Elyra vorbei. Oder eben dementsprechend auch bei mir. Bis dahin. Cheerio. Auch ich verabschiede mich von dieser Folge von euch, liebe Zuschauer. Wir hoffen auf jeden Fall, dass ihr noch Spaß genau wie wir. Wir sehen uns in der nächsten wieder. Bis dahin. Und tschau, Leute. Hi. Wir sehen uns seit 19 nach 15 20 Cent.